Mein Name ist Frank Willi Leinweber, ich bin Rohrdachdecker und übe den Beruf seit 1990 aus. Also zur Rohrdachdeckerei bin ich gekommen, indem ich mir ein altes Haus gekauft habe. Das Haus hatte ein schadhaftes Dach, dann habe ich einfach angefangen Schilf zu mähen und auch das Dach repariert, das hat so bis zur Wende gedauert. Danach habe ich mich beruflich eben neu orientiert, ich war in der Landwirtschaft tätig und das lag eigentlich nah, weil in Mäuselbriss wächst das Schilf quasi aufs Dach rauf, also konnte man dort gleich ernten. Das Rügner Rohr ist am besten, weil hier die Wertschöpfung stattfindet und es vor Ort gewachsen ist und keine Transportwege notwendig sind. Von der Verarbeitung her kann man nicht sagen, das Rügner Rohr ist qualitativ hochwertiger als China-Ware oder so, das nicht. Aber wichtig ist halt die Wertschöpfung vor Ort, im Prinzip wenn es aufs Dach rauf wächst, sollte man es einfach auch nehmen und hier die Arbeitsplätze auch haben. Und das macht eben auch den Sinn dieses Daches aus, so ist es ja auch entstanden, dass Bruchstoffe genommen wurden, die vor Ort wachsen und daher auch die Tradition hier. Naja, für die Insel Rügen wünsche ich mir, dass mehr ökologischer Landbau stattfindet, als Alternative zu dem subventionierten Brunnenvergiften. Es gibt ja Lebensgrundlagen, die wir alle brauchen. Das ist ja Luft, Wasser und diese fruchtbare Bodenschicht, die Krume, die oben ist, die Humusschicht. Und durch die Wirtschaft und die Fruchtfolge, die heute hier üblich ist und auch gefördert und somit auch gewollt ist, ruiniert man zumindest diese Humusschicht. Und das entsteht eben dadurch, dass eben Winterweizen, Raps und Mais angebaut werden. Daraus lässt sich keine vernünftige Wirtschaft bilden. Und deshalb eben wäre es wichtig, dort Alternativen zu schaffen, die es ja gibt, und die ökologische Landwirtschaft zu fördern. Das wäre mir wichtig hier für Rügen. Und das wäre mir wichtig, dass wir hier für Rügen kommen.